Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Craft Attack 7 auf der Craft Attack 7 Map Nein Spaß Leute, heute ist so ein kleines Talk Video bzw. ein kleines Beschreibungsvideo Weil ich gerne, gerne, gerne bei Craft Attack 9 dabei sein möchte Und das geht an alle Craft Attack 9 Teilnehmer und ja, ich würde gerne mitmachen Leute Es würde mich so viel bedeuten, ich gucke viele von euch schon seit Jahren Ich bin seit Craft Attack 3 dabei, auch an meinen Zuschauern Leute Ich schaue Craft Attack seit Craft Attack 3 und schaue jedes Jahr, jede Staffel Und es macht mir so viel Bock immer zuzuschauen Und ich hätte gerne, 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 gerne wäre ich ein Teil davon und würde gerne auch dabei sein Ihr seht schon, ich habe hier die Craft Attack 7 Map Leute, ein bisschen Spaß muss sein Auf jeden Fall, ich bin der Max, ich bin 19, ich bin auch YouTuber, vielleicht nicht so groß wie ihr Ist ja auch relativ Und ich würde gerne mal mit euch bei Craft Attack dabei sein Wäre das möglich? Biete, biete Ein großes Respekt erstmal an Early Bird und Spark und an alle anderen Teilnehmer Die bezüglich an der Map oder an den ganzen Server arbeiten Riesen Respekt, ich weiß wie aufwendig das ist Ich merke es ja selber, ich habe ja auch viele Server schon mitgeleitet Und ich weiß wie aufwendig das ist und deswegen ein riesen Respekt daran Und es hat weder noch was mit Hochblasen oder sonst was zu tun Leute Oder auch an meiner Community oder irgendwelche anderen Leute Weder würde ich hier mich hochblasen oder sonst was Weil ich habe einfach Bock mit anderen Leuten, mit neuen Leuten zu zocken Mit anderen zusammen was zu machen, zu erschaffen so Und deswegen, es soll nicht lange werden Das ist meine Mein Teilnahme Video für Craft Attack 9 Ich hoffe, es reicht euch und ich möchte gerne dabei sein Und ich hoffe, ihr sagt ja Es könnte lustig werden Ich bin lustig, ich bin trottelig Ich bin, ich kann auch mal ausrasten Es kann auch mal passieren Es kann mal wild rumgeschrien werden Also es könnte lustig werden Also ich würde mich mega freuen In dem Sinne Wünsche euch allen noch einen schönen Tag Und das war nur ein kleines Video Also ja Bis zum nächsten Mal Leute Tschüss Tschüss Tschüss